Ich finde, man muss sich ja jetzt auch so ein bisschen die Stimmung bewahren. Wir gehen auf den Herbst zu, auf den Winter. Es wird, ach, weiß ich, so ein bisschen. Der Sommer, der ist noch nicht lange her. Irgendwie war der ja auch gefühlt gerade noch. Ich bin in diesem Sommer übrigens hier geblieben. Ich bin nicht weggeflogen wegen der Klimaerwärmung. Ja, meine Kinder sofort, oh man, fliegen wir jetzt nie wieder in Urlaub? Ich sage, dann natürlich, aber halt im Herbst. Weil, da ist ja wieder kälter.